Von Kind an habe ich gerne starke Kameras in der Hand. Dies hatte zur Folge, dass wahre Bilderflut aus meinen Fotoapparaten und Camcorderen flossen, die sich in unzählige Fotoalben und Diakästen ergossen, aber auch in Zeitschriften, Magazine, Bücher, Kalender, Kataloge und auf einschlägige Internetseiten. Hier scanne ich gerade alte Dias ein und fotografiere alte Artikel ab, die ich zehn Jahre für das Kernomagazin schrieb. 1994 kam das erste Kano-Magazin heraus. Zeitgleich begann ich an der Copernico Schule Freigericht, einer der größten Schulen Deutschlands, eine mobile Kano-Flotte für erlebnispädagogische Kano-Projekte aufzubauen. Hierfür brauchte ich Sponsoren und Unterstützer. Die bekam ich leichter, wenn ich mich in der Szene bekannt machte. Ich begann umgehend Artikel für das Kano-Magazin und andere Natursport-Zeitschriften und Kano-Bücher zu schreiben, die allesamt bilderreich veröffentlicht wurden. Mein Plan ging auf. Ich bekam ein Steckenpferd. Eine mobile Kano-Flotte, mit der heute noch, 20 Jahre später, ganze Schulklassen auf tolle Erlebnisreisen gehen. Ein Jahrzehnt lang zogen wir sowohl schulische als auch private Kano-Projekte am Fließband durch. Bis schwere Sportunfälle beim Windsurfen und Snowboarden meine Hyperaktivität ausbremsten. Geblieben sind schöne Erinnerungen, die ich gelegentlich durch das Betrachten alter Fotos und Lesen vergessener Reisestories wieder auffrische. Doch wer beginnt, über Vergangenes zu berichten, der wird alt. Aber so ist der Gang der Dinge. Irgendwann ist die Sanduhr abgelaufen und das herrliche Leben liegt hinter dir. Doch dann ist es schön, wenn der Blick zurück lohnt. Und ich möchte steif und fest hier behaupten, in meinem Leben ist das der Fall. Selbst noch als Auslaufmodell. Und ich möchte steif und fest hier behaupten, in meinem Leben ist das der Fall. Ich möchte steif und fest hier behaupten, in meinem Leben ist das der Fall. Und ich möchte steif und fest hier behaupten, in meinem Leben ist das der Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich möchte steif und fest hier behaupten, in meinem Leben ist das der Fall. Ich möchte steif und fest hier behaupten, in meinem Leben ist das der Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020